hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei ww2k60 und mit dabei ist wieder onkel hörst du mich ich höre dich sehr gut ich habe das seil ausgepackt um mich wieder aus dem tiefen loch raus zu graben nee gott da habe ich eine schaufel ausgepackt so raus zu ziehen ja aber das passt schon das war gut okay das war das hätte nur chuck noah ist nicht besser machen das loch ist in chuck noah ist aber na egal ich würde sagen viereck mal hier das ist doch langsam wenn habe ich denn da die suche geht los den habe ich noch nicht okay ich habe ein okay ich habe auch ein moment magi fix für anfänger okay ich bin soweit da würde ich sagen 321 go ja kann nix dazu sagen außer let's ready to wumble ich gebe wieder runter das ist ja jetzt schon voraus zu sehen dass ich wieder wieder so oft hast du da noch gar nicht mehr der onkel sei nicht so deprimiert oder so du schaffst das schon ich bin doch gar nicht deprimiert ach das ist so ein kleiner kacka ist das so ein kreis zu tun das ist so dämlich und auch ich habe gerade nicht kann ich mir das ist alles so lustig für mich oh nein ich habe gar nicht so viel gedrückt zum schlagen okay warte kraft it's a hard time goes by the window okay ja ich wollte nicht schlagen ich dachte du hast das ding gefunden ich habe noch nicht einmal angesetzt ach so da ist schon wieder ausgefunden du hast das ding gefunden da schon wieder ich habe doch gedrückt für hier wo macht der nichts na irgendwann holt damit auf ah ne manner jetzt komme ich und es geht weiter oder du hast schon wieder gefunden Pässe ah man ey hörst du mal auf den Finisters sofort ach gut ha gewonnen ach du Drecksack das war das Eröffnungssignal ja oh er hat mein Dropkick gekontert geil fängt schon spannend an hier aus dem nein ich wollte ein äh Dings machen ein Dropkick aber er kommt direkt raus der Sack und bam ah schönes Gerüffel was ich dachte ein schöner Mufas siehst du ein Dropkick das war gut siehst du Dropkick gegen das Seil macht aber nix ja man wir geben uns alle ein hintereinander du Wahnsinn ok jetzt kann ich meine Moves alle ausprobieren da haben wir einmal den da oben da unten klatscher dann haben wir den was haben wir da ah ja oi einmal durch den Ringseil werfen Kick und was haben wir noch an zu bieten einmal ah rüberwurf rüberwurf oh 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 er hat sich Knüppel geholt er hat den Knüppel aus dem Sack geholt aber ist kein Problem zeig dir mal wie man den benutzt hehehe nein 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 oh du bist ein Vogel ey verrücktes Ding gibst denn sowas ey das ist doch Wahnsinn oh jetzt kriegt er mein S ab 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 oh in die Eier ja was macht der Typ ey der rastet ja voll aus hehehe ist ja voll geil kleiner Karate Kid ist das ey und da kommt der Finisher gegen Goldorast huja jetzt bin ich irgendwie total beim Tiefpunkt angelangt ja das ist Wahnsinn weiter runter geht's nicht weiter runter geht's einfach nicht hehehe und eins zwei drei Vielfeshöter Hinn du kommst doch noch aus achst du die Tiefpunkt ungelöst macht da nichts du hast halt der Golders es ist halt ich weiss dabei je wie die Blinkende ist ich hab ihnen nicht schuld das ist gut ja das ist es echt ach das gibt's doch kurs und ich kann nichts machen jetzt ah doch jetzt jetzt haften wo ist es im Drachen Mann jetzt bist du dran Kann nix machen, ne? Oh. Ja, die macht immer schnelle Aktion, weißt du? Ich hab immer so... Meine brauchen immer ein paar Minuten. Und dann sind deine Energie schnell wieder aufgeladen. Ah! Also manchmal tut das ja auch schon weh, wenn ich mir dazu angucke, was die da so für krasse Moves machen. Hm. Oh oh. Scheiße, jetzt hab ich mich grad selbst verbockt irgendwie. Ich bin rausgekommen, aber dann direkt wieder reingekommen. Hm. Aua, aua, aua. Ja, das ist eine harte Sache hier mit den Konterpunkten. Hier muss man sich gut einfallen eigentlich. War das dein S? Ne, scheiße. Ich dachte, ich hätte dein S wenigstens rausgeklatscht. Hm. Oh oh. Oh oh. Aua. Was ist kaputt davon? Das ist natürlich schlecht für dich jetzt, ne? Ach man. Das war natürlich jetzt ganz schlecht für den Onkel. Mhm. Aber das macht ja nix. So, jetzt kriegt der erstmal noch den Sack hier. Ja, der macht immer so Todesmoves hier. Oh, der hat noch sein S. Wie kann ich das denn klauen? Scheiße. Oh, mein Kopf ist tut weh. Okay, der tritt mich jetzt kaputt, ne? Er tritt mich kaputt. Aber er steht einfach auf. Das war jetzt geil, ey. Das war jetzt, das hat mich jetzt irgendwie inspiriert. Das war jetzt cool. Ich stehe einfach auf. Das war natürlich jetzt für den Onkel ganz bitter. So, meine lieben Freunde, jetzt gibt's einen Finisher. Ja, mein ich doch. Entschuldigung, du meinst du mal einfach nur? Privanus, du bist typische Erstreden, dann Denken. Ja, ja. Ich meine ja, der Finisher kommt jetzt. Nein! Du Sau! Oh, das war ein Terrificer Reversal mit Golddust. Aber er kommt zurück, er kommt zurück mit seinem Wahnsinns-Tempo. Er kommt zurück, er kommt zurück. Boah. Aber ich hab leider keine Ausdauer in er hier, die, ja doch, das ist Ausdauer, ja. Leider schon wieder aufgehoben. Au, au, au. Nein, 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 ich hab R2 gedrückt, ich hab R2 gedrückt. Oh, Leute, ich hab nicht X gedrückt, ich hab R2 gedrückt. Oh, ich wundere mich, warum der nicht reagiert. Ich hab R2 gedrückt. Ich hab Batch gewollt. Oh, der Balken war so groß, ich hab R2 gedrückt. Oh, ich hab R2 gedrückt. Oh, der Balken war so groß, ich hab R2 gedrückt. Oh, ich hab R2 gedrückt. Also, ich hab, ja, das war ja so groß, ich hab R3 gedrückt. Oh, ich hab R3 gedrückt. Oh, ich hab's nicht 평ge. Oh, ich hab' auch die H3 gedrückt. Oh, ich hab' auch die H3 gedrückt. Oh, ich hab' auch die H3 gedrückt. Eliasacke. aber es ist ja wie lange du schon wieder raus bist aus PINs schon wieder vergisst du bist ja Wahnsinn aber oh Gott Ne was so gleich war dran er war ein Mensch geworden hier ich hab ein Mensch geworden hier ja ja ich habe ein Mensch geworden hier hier ist ein Mensch ich habe ein Mensch geworden die die ich hab ich hab ich hab ja die ich habe eine Geschichte in der Welt in der Welt in der Handel zu erreichen ich hab mich gelegt ich hab mich gelegt es gibt sogar mehr ich habe ein bisschen die Prozent es gibt dieses Ding in den sieben verschiedenen Auflagen in einer ZD bitte erwerbt sie ab Montag in der Apotheke Fragen Sie den Arzt und Apotheker Ob Sie die hören dürfen Ja, in diesem Sinne Ich habe ein Mensch geholfen Und wir sehen uns morgen wieder Bis dann, Eure Wano und Onkel Tschau Tschüss